Die Arbeiten zur Neugestaltung des Bad Flüsslauer Schlossplatzes haben jetzt offiziell begonnen. Es soll ein multifunktionales Stadtzentrum mit Baum- und Grüninseln werden, so Bürgermeister Christian Flammer. Ziel sei es weiter, einen klimafitten Ort der Begegnung auch für die kommenden Generationen zu schaffen. Investiert wurden 1,1 Millionen Euro. Im November 2023 sollen die Arbeiten planmäßig abgeschlossen sein.